Jetzt wird es Zeit ins Bett zu gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Schöne Gute-Marche hier von den vorderen drei Eichen hier in der Woderbach. Ja, heute Nacht bin ich geflüchtet. Ja, wovor bin ich geflüchtet? Ja, ich bin von daheim geflüchtet. Warum bin ich geflüchtet? Ja, zur Zeit ist daheim ein bisschen unerträglich zu schlafen. Ja, es ist absolut nervig aktuell ein bisschen. Ich wohne direkt an der Hauptstraße, Hauptverkehrsstraße. Ja, die B10, die wird zur Zeit frisch geteert und frisch gemacht. Und jetzt rollt der ganze Verkehr durch Anweiler durch, durch die Hauptstraße, wo ich wohne. Ja, da hast du den ganzen Tag rauscht oder verkehrt durch. Das ist ein ganz Verkehrslärm. Er nimmt zwar an, wird es zwar ein bisschen ab. Aber wenn ich aber jetzt trotzdem nicht immer rauschen, da die Autos durch. Ja, ich selber schon wohne unterm Dach, muss dann quasi das Dachfenster zu machen. Ja, und wenn man dann nachts um eins mal raus geht, fahre, aufs Klo zu gehen, da hast du die Luft schon aufgebracht in dem Zimmer. Ja, wenn du dann ein bisschen aufmachen tust, herrscht natürlich wieder die Autos fahren. Die 8 Nachts sind immer wieder unterwegs. Wenn du dann zu weit aufmachen tust, hast du dann von der Gege überliegende Seite, von dem Spielcasino. Ja, die Werbedafel, das Blende der Reihe, das merkst du sofort, wenn du zu weit aufmachen tust. Ja, das gehört dazu. Das ist sowas. Dann natürlich, ich sage, in den letzten Tagen hellst du wie Sau. Trotz, trotz Lüfterei, ob jetzt wenn man alles auf hat, ist alles, ja, trotzdem warm und hellst. Und, äh, ja, das Schlafen war jetzt richtig nervig da in den letzten Tagen. Wenn früh meistens um 4 Uhr aufgestanden bist, warst du als müder oder kaputter als alles andere. Ja, und ich habe mir gedenkt, gestern Abend um 12 Uhr, halber 12 Uhr, soll ich jetzt in mein eigenes Bett gehen oder soll ich meinen Krempel schnell zusammenpacken und rausfahren. Ja, und genau das habe ich gemacht, habe mir da das Nötigste, was ich brauche zum Pennen, da in den Kleer Rucksack reingestopft. Da haben sie gesehen, da die Elefantenhaut, die Neo Air Turbo, mein Kleerkieser. Der Schlafsack habe ich rumgedreht, als an-, oder als Topquill, wie man das nennt, tut. Flöschel Wasser, fertig. Ja, da hergefahren, da rufgelaufen. Aber, ja, das geht am schnellsten, das ist halt die einzige Hütte. Die einzige Hütte, wo ich halt weiß, dass es in der Nähe ist. Wo ich weiß, dass man da in 10 Minuten, Viertelstunde ruf ist. Ja, jetzt werde ich wieder alles zusammenpacken, werde dann wieder heimgehen. Ja, was heißt heimgehen? Ich werde erst mal zum Bäcker fahren, was zum Frühstück kaufen. Je nachdem, wie viel Uhr wir hatten. Aber wir haben uns, glaube ich, erst 6,5 bis 7 Uhr rum. Macht man aber nichts, wenn man noch was einkauft. Ja, und dann geht die Dach wieder auf dem Falle los. Also, das soll's schon mal gewesen sein. Ganz kleines Video von mir. In dem Sinne, schöne Grüße und wiedersehen. Und dann geht's, dass wir wieder auf den Köln bleiben können, dass wir das sind. Wirklich. Danke. Ja, danke. 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 Vielen Dank.